Nix zu merken. Riech ruhig, was ist da los Jungs? Wir haben nicht mit uns gerechnet. Hämmchen, schmal Hämmchen. Schmal Hämmchen. Hämmchen hat er zugenommen, Claudia, oder meinst du nur? Ich meine, er hat auf jeden Fall zugenommen. Oh, Dini, ihr hättet ihn. Der Kämpfer holen seinen Futter dazu. So einfach dazu. Wie macht die Luft? Hättet besser? Schiffen wir noch dieses soziale Silber da. Wahrscheinlich noch ganz gut, wenn wir das Futter unten drüber drücken. Und das Ding da so, jetzt dreht der ja durch. Warum? Du meinst aber, ich weiß es nicht. Das ist seit Alfa nicht mehr da ist. Du kannst ihn mit dem nimmer noch mal beim Tierarzt fahren. War der sein Führer? Ja. Früher konntest du mit dem zum Tierarzt fahren, nie ein Problem. Jetzt ist er kackt mit dem Auto voll, und er ist am durchsträhen. Ein Hämmchen hat er, der finde ich schon zugenommen, Claudia. Er muss doch mal sehen, der verteidigt auch sein Futter vor denen. Ja. Der schläft da weg. Du meinst du doof? Was? Hä? Ja, der schläft ja. Das ist die InterOL lovede. Sie geben sich jetzt das. Nimm eine Haltung. Aha, sehr, sehr, sehr. Ich muss mal sehen, was diese Fresseverhorte verteidigt ist. Ist doch gut so, oder? Nein, jetzt. Ich habe mich nicht richtig zugenommen.